Komm Pucki, machen wir was. Tempo, auf, jawoll. Erste gute Flanke. Die erste gute Flanke. Mann jetzt, komm, komm. Ja, die langsam lassen die Leute auch hier das Stadion. Kann man bestehen. Ja, das geht schon. Sehr, sehr schlecht, was ich da heute gespielt habe. Sehr, sehr schlecht. Ich habe Sitzung schon möglich. Keine... Es ist kein Leben drin. Kein Leben in der Mannschaft. Null. Was ist denn nur passiert? Training, tausendwo besser gespielt, tausendwo besser miteinander geredet und alles. Nur Scheiße gerade. Stadion macht sich langsam leer. Kenner hat mich Bock. Ja, das war es wohl. Oh, was sind das für Dinger heute. Es kommt noch heiß. Noch nicht eine Chance heute gehabt. Nicht eine einzige. Das Tor ist auch noch nicht auf Vorkommen. So ein Offensivpotenzial und es kommt nicht auf Tor. So ein Offensivpotenzial. Oh ja. So ein Offensivpotenzial. So ein Offensivpotenzial. Da kommen wir wieder. Ja, das ist krass. Das ist krass. So. Jetzt ist die Zeit, Hans. Das ist krass. So. Gegner wieder. Sogar Baini. Äh, Baini hat es gehabt. Was ist das für ein Gepolse? Wie die Kreisliga. So schlecht die Flanke heute. Niemand steht dort wo er hingeht. Tag, wieder frei. Ich spiele hier super runter, ist klar. Ah, das ist jetzt heute so schlimm. Sch switches die Flanke. Und los sind die Flanke. Vielen Dank.